Musik Ich darf Sie herzlich zum Python Coding Video für den zweiten Teil der Vorlesung Stochastische Prozesse willkommen heißen. Es freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. In diesem Teil haben wir genau drei Skripte, die ich mit Ihnen durchgehen möchte. Das erste ist eher zum Spielen, zum Anschauen und eigentlich war das noch nicht so wirklich in meiner Agenda dabei. Das ist ja eigentlich nur eine Spielerei, wo wir hier eine Anzahl an Iterationen festlegen, eine Liste erzeugen, durch die Anzahl der Iterationen durchgehen und in diese Liste so lange die Zahlen einfügen, bis wir vom Format her ein paskalisches Dreieck erhalten. Deswegen halte ich mich hier gar nicht so lange daran auf, sondern führe das direkt aus, dass Sie das sehen können. Wie Sie sehen können, schaffen wir es wunderbar, ein paskalisches Dreieck in Python in die Konsole zu drucken, damit Sie das nochmal gesehen haben. Das ist eigentlich nur so ein Funfact am Rande und ich hätte gerade schon fast gesagt, wir springen direkt rüber in unser nächstes Skript, worum es eigentlich geht heute. Und zwar es geht darum, wie modelliere ich eine fraktale, braunsche Molekularbewegung in Python und dazu brauchen wir ehrlich gesagt nicht sonderlich viel. Wir brauchen das Mathe-Paket von Python und wir brauchen das Fractional Brownian Motion-Paket, was uns diese ganze komplexe Coding-Arbeit und diese ganze mathematische Arbeit, die wir in der Vorlesung gesehen haben, eigentlich abnimmt. Das ist für uns sehr angenehm. Wie das im Hintergrund funktioniert, haben wir in der Vorlesung ja bereits gesehen. Was machen wir hier? Wir nutzen hier die Klasse Fractional Brownian Motion. Die nimmt als Argumente eine Schrittzahl, einen Hurst-Exponent, eine Länge und eine Berechnungsmethode. Und wir sagen hier jetzt einfach mal, okay, wir nehmen 1500 Schritte und einmal einen Mean Reversion-Hurst, einen Brownian Motion-Hurst und einen Fraktalen-Hurst, nenne ich das jetzt mal, obwohl das so von der Sprechart keinen Sinn ergibt, aber Sie verstehen, was ich Ihnen damit sagen möchte. Das heißt, wir erzeugen hier drei fraktale, braunsche Bewegungen mit unterschiedlichen Hurst-Exponenten. Samplen die hier, das heißt, hier werden wir tatsächlich diese Werte erzeugen und wir geben die uns in einem hübschen Bildchen aus. Das ist der erste Teil. Und mehr gibt es im Zeitalter von GitHub und Packages erstmal gar nicht dazu zu sagen. Wir sind Gott sei Dank aus einem Zeitalter raus, wo wir jedwede mathematische Funktionen selbst erzeugen müssen und selbst coden müssen. Also wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Was wir allerdings müssen, ist diese Pakete zu verstehen. Wir müssen verstehen, nach welchen Prinzipien diese externen Bibliotheken arbeiten. Und dazu ist das, was wir in der Vorlesung gelernt haben, essentiell. Sonst verstehen wir eigentlich auch nicht, was diese Pakete im Hintergrund tun. Ich wiederhole das hier nochmal. Wir simulieren hier eine fraktale, braunsche Molekularbewegung mittels des zugehörigen Paketes. Und wir definieren hier einen Hurst-Exponenten und die Schrittzahl, die dazugehört. Samplen das Ganze dann. Das heißt, wir erzeugen hier einen entsprechenden Pfad. Und diesen Pfad, den geben wir uns aus und lassen ihn uns anzeigen. Das ist das, was wir mit der einfachen fraktalen braunischen Bewegung machen. Und was ich Ihnen hier unten noch sozusagen als Schmankerl dazu gegeben habe, ist, dass wir eine multifraktale braunsche Molekularbewegung erzeugen. Indem wir sagen, genau wie in der Vorlesung, der Hurst-Exponent ist dynamisch. Der verändert sich über die Zeit, was auch, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, sinnig klingt. Da ja unsere Realität, die wir leben und die Finanzmärkte als System betrachtet, sich ja auch ständig ändern. Ich habe es mir hier einfach gemacht und wir haben hier eine sinusförmige Änderung des Hurst-Exponents. Ich werde diesen Code 1, 2, 3 mal ausführen und hier dieses Argument verändern, dass Sie sehen können, was passiert, wenn wir diesen Hurst-Exponenten anderen Regeln und anderen Frequentierungen unterliegen lassen. Und was wir hier machen ist, wir ziehen hier eine multifraktale braunsche Molekularbewegung. Auch hier wird gefordert, bitte gib mir eine Schrittweite. Beachten Sie hier, dass als Argument für das Hurst-Exponententum, nenne ich das jetzt mal, eine Funktion gefordert ist und kein normaler Wert, weil natürlich in der multifraktalen braunsche Molekularbewegung der Hurst-Exponent sich über die Zeit verändern möge. Auch hier wird wieder eine Rechnungsmethode verlangt. Und was machen wir hier? Wir ziehen uns eine Realisation dieser multifraktalen braunsche Molekularbewegung und lassen uns das Ganze als Bildchen ausgeben. Und Sie sehen hier sehr eindrucksvoll, wie wir innerhalb von 34 Zeilen Code eine multifraktale braunsche Molekularbewegung und eine fraktale braunsche Molekularbewegung in Python plotten können. Das ist quasi die Quintessenz von Open Source, um das mal so darstellen zu können. Und ich hätte gesagt, wir lassen dieses Ding doch direkt mal losrennen und schauen uns dieses Bild hier an. Das ist das, was Sie aus den Vorlesungsunterlagen kennen. Wir haben die blaue Kurve, die einer geometrischen braunischen Molekularbewegung oder einem Wiener Prozess gleicht mit einem Hurst-Exponenten von 0,5. Das heißt, das hier ist unser, ich sage es jetzt salopp mal, stinknormaler Wiener Prozess. Dann haben wir eine Realisation mit einem Hurst-Exponenten von 0,35. Das bedeutet, das ist ein Mean Reversion-Prozess, wo wir sehen können, dass der eine stark schwankende Mittelwertfrequentierung aufweist. Und dann haben wir noch eine fraktale braunsche Molekularbewegung mit einem sehr hohen Hurst-Exponenten. Das ist die in Rot, die wir hier sehen können. Ich schließe das Ganze jetzt mal und wir müssen jetzt ein klein wenig warten, bis eben diese multifraktale Realisierung fertig gerechnet hat. Und was sehen wir jetzt hier? Wir sehen hier eine Zeitreihen-Simulation, in der sich der Hurst-Exponent gemäß einer Sinus-Funktion verändert und das können wir hier auch sehen, dass wir immer wiederkehrende periodische Einbrüche haben und starke Schwankungen. Ist das jetzt schlecht? In dem Sinne ist es schlecht, mit einer periodischen Funktion hier das Ganze zu simulieren. Andererseits können wir da auch, ich sage es mal, fortgeschrittenere Algorithmen nehmen, um die Veränderung dieses Hurst-Exponenten darzustellen. Beispielsweise können wir historische Simulationen über echte Daten laufen lassen und eine Hurst-Zeit-Reihe mittels eines Algorithmus approximieren und das dann hier reinspielen, was ich Ihnen hier zeigen möchte. Und dazu werde ich mir auch mal die Freiheit nehmen, das hier auszukommentieren, da ich Ihnen nicht jedes Mal hier die gleichen Bilder zeigen möchte. Ich werde Ihnen das jetzt hier mal in Echtzeit auskommentieren. Was wir hier jetzt mal machen werden ist, wir werden hier hinten mal ein bisschen mit dieser Funktion spielen und ich sage mal, ich verändere hier auch das Argument des Sinus und lasse das einfach nochmal laufen. Dann schauen wir uns das nochmal an. Und wir sehen, aha, das sieht jetzt noch wilder aus wie vorher. Was habe ich denn getan? Ich habe den Grundwert dieses Hurst-Exponenten verändert, weil die Formel, so wie sie da stand, von einem Nicht-Mean-Reversion-Hurst-Exponent ausgegangen ist. Und ich habe das jetzt so dargestellt, als ob wir ab und zu einen Teil-Mean-Reversion hätten. Und das ist selbst für eine reale Finanzzeitreihe ziemlich wild. Aber wir sehen, dass wir hier sehr, 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 sehr abrupte, starke Einbrüche, Schwankungen und anderweitige Bewegungen simulieren können, die mit normal verteilten klassischen Wiener-Prozessen und Random-Vox überhaupt nicht zu denken wären. Was machen wir jetzt? Ich habe mir vorher die Freiheit genommen, hier ein bisschen rumzuspielen. Was passiert, wenn wir dem Sinus nur das Argument T übergeben? Aha, wir sehen, das sieht doch schon wirklich aus wie eine Aktie. Das sieht doch wirklich mal so aus, wie wenn man damit arbeiten kann. Wir sehen hier viele kleine Änderungen. Wir sehen hier größere Bewegungen und Einbrüche. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Was machen wir jetzt noch? Wir machen hier mal T halbe rein und lassen das nochmal laufen. Und sagen doch mal, das würde doch jetzt schon fast aussehen wie eine Indexentwicklung mit Krisenentwicklungen, Einbrüchen und allem, was das Herz zu wünschen übrig lässt. Und wenn wir diese multifraktale, braunische Molekularbewegung in einer Art und Weise spezifizieren, dass der Hörstexponent auf historischer Basis, ich sage mal, in eine Funktion gepackt wird, dann können wir hier sehr suffiziente Ergebnisse erzielen. Und das ist mit diesen klassischen Modellen, die wir zum Teil schon kennengelernt haben, schlichtweg nicht möglich. Ich werde hier noch einmal den Grundstock des Hörstexponenten verändern und ein letztes Mal den Code hier laufen lassen. Und wir sehen, das sieht doch wirklich aus, wie wenn man hier sagen kann, ja, das könnte eine echte Zeitreihe sein. Wir sehen hier Einbrüche, wir sehen hier Sprünge nach oben, wir sehen eine richtig große Bewegung nach unten mit einer schnellen Wiederholung und hier schon fast einem ganz geraden Anstieg nach oben. Also, Sie sehen, man kann hiermit in einer grandiosen Art und Weise Finanzmärkte modellieren, die schon sehr fortgeschritten ist. Und wir haben keine 10-Zeilen Code dafür gebraucht. Das ist schon mal eine echt gute Ansage. Und ich springe jetzt mal in das zweite Skript hier rüber, weil sie interessiert es natürlich ja auch, wie kann ich denn hiermit Finanzmarktdaten tatsächlich simulieren. Wir haben hier auch ein paar Pakete mehr eingebunden, unsere Yahoo Financials, Matplotlib, NumPy, Pandas, die üblichen Verdächtigen. Und was machen wir hier? Wir sehen hier, okay, hier ist wieder unsere altbekannte Ich-hole-mir-Finanz-Daten-Funktion. Dann haben wir die Ursprungsfunktion unseres Hörst-Exponenten. Hier ziehen wir wieder unsere Daten von Yahoo und berechnen die Returns. Berechnen hier auch mal den Hörst-Exponenten über die Tesla-Zeitreihe, wie wir sie gezogen haben. Das bedeutet, dass wir hier noch keine Änderung über die Zeit haben, sondern den Hörst-Exponenten so berechnen, wie er tatsächlich über die letzten 10 Jahre vorhanden ist. Dann geben wir uns das Ganze mal als Bildchen aus, damit Sie mal sehen, wie diese RS-Ratio, also dieser RS-Algorithmus, der dem Hörst-Exponenten zugrunde liegt, eigentlich arbeitet. Und der richtige Spaß beginnt hier unten. Wir simulieren uns eine einfache fraktale Braunschel-Molekularbewegung, die quasi der Länge dieser Zeitreihe entspricht und den Hörst-Exponenten unserer Tesla-Zeitreihe hat. Und was machen wir noch? Wir gehen hier unten, das ist der ganz spannende Teil, wir gehen hier unten her und sagen, wir simulieren uns eine multifraktale Braunschel-Molekularbewegung, deren Länge der Zeitreihe von Tesla gleicht und der, die ein Hörst-Exponent hat, der der obigen Funktion folgt. Und lassen uns das auch als ein Bildchen ausgeben. So, führen wir das Ganze doch einmal aus. Dann sehen wir hier schon mal die RS-Ratio über die Zeit. Hätten wir hier einen normal verteilten, einen geometrischen Zeitreihen-Output, dann würden alle diese Punkte hier auf dieser Geraden liegen und wir hätten einen Hörst-Exponenten von 0,5. Das haben wir hier nicht. Was wir hier sehen, ist hier unten in unserer Konsole, ich ziehe das mal nach oben, sehen wir, dass die Tesla-Zeitreihe einen Hörst-Exponenten von 0,586 hat. Das heißt, er ist nicht ganz im Braunschel-Bereich, sondern ein wenig darüber. Das bedeutet, dass die Tesla-Aktie Fraktalität aufweist. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass ich hier aus Versehen auf Konsole killen, sage ich es mal, geklickt habe. Wir führen das nochmal aus. Kriegen wir dieses Bildchen eben nochmal. Und was sehen wir jetzt hier? Wir sehen die einfache fraktale Braunschel-Molekularbewegung basierend auf dem Tesla-Hörst-Exponenten. Und wir können sehen, ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Zeitreihe, aber sie ist bei weitem nicht so suffizient wie ein Hörst-Exponent, der sich über die Zeit verändern würde. Und wenn wir das jetzt mit unserer realen Zeitreihe vergleichen, werden wir feststellen, dass das auch so ganz nicht hinhaut. Ich schließe das jetzt mal und wir gucken mal, was unsere multifraktale Braunschel-Molekularbewegung uns ausgibt. Die wird jetzt erstmal eine Weile rechnen. So, schauen wir uns das doch einfach mal an. Wir merken, dass wir hier eine Sinus-Funktion unterstellt haben, was die Änderung des Hörst-Exponenten angeht. Aber wir sehen, okay, ungefähr so könnten wir das modellieren. Wir merken aber, eine reale Aktie sieht so irgendwie noch nicht ganz aus. Ich schließe das Ganze nochmal und werde hier oben mal versuchen, diese Funktion auf das zu ändern, was wir in unserem vorherigen Skript hatten. Und wir schauen doch einfach mal, ob hier bessere Ergebnisse dabei rauskommen. Das können wir schließen. Das kennen wir schon. Hier sehen wir wieder eine andere Pfadrealisierung der fraktalen Braunschel-Molekularbewegung, basierend auf dem Hörst-Exponenten. Hier können wir, ich mache das nochmal groß, schon eher davon ausgehen, dass diese Realisation irgendwo Sinn machen könnte. Wir haben hier der Vollständigkeit halber aber auch keine Regeln unterstellt, was die Simulation eigentlich noch alles tun soll. Das ist sehr rudimentär, was wir hier tun, um für den praktischen Gebrauch noch nicht ganz so zu verwenden. Mir geht es hier allerdings auch darum, nicht mit Ihnen hier einen Profikurs zu machen, sondern Ihnen beizubringen, wie kann ich denn multifraktale Braunschel-Molekularbewegungen überhaupt mit Aktien in Einklang bringen. Und jetzt gucken wir uns das hier nochmal an. Und ich würde sagen, das sieht schon besser aus, ist vielleicht etwas unglaubwürdig, aber wir können damit durchaus Simulationen anstellen. Ich hätte gesagt, ein einziges Mal lassen wir das noch durchlaufen. Und wir sehen wieder bei der einfachen fraktalen Braunschel-Molekularbewegung, dass wir auch mit der einfachen Braunschel-Molekularbewegung, sofern sie fraktal ist, hier durchaus Einbrüche und rapide Anstiege modellieren können. So ist es nicht. Ich bin allerdings, Sie merken es, ein großer Fan von dieser multifraktalen Braunschel-Molekularbewegung, eben weil wir eine Dynamik in dem Hörstexponenten darstellen können. Und gut, wir haben jetzt mal eine ganz wilde Realisation bekommen. Das ist eben das Los, wenn das zufällig erzeugt wird. Also für eine Aktie wäre das schon sehr extrem. Allerdings, um das positiv vorzuheben, sehen wir hier auch, dass wir hier sehr, sehr harte Kurs-Einbrüche mit kleinen Zwischenbewegungen darstellen können. Und das gab es früher nicht. Ich werde jetzt hier noch ein paar Worte dazu verlieren. Sie können hier natürlich wieder an dieser Funktion hier herumspielen. Sie können hier andere Zeitreihen einfügen. Und was Sie natürlich auch versuchen können, ist hier eine Funktion zu finden, die auf Basis historisch gemessener Hörst-Dynamiken basiert. Das heißt, Sie nehmen sich einfach mal eine Zeitreihe, lassen da ein Fenster durchlaufen und messen die Hörst-Exponenten und versuchen mal eine Interpolation herzubekommen in funktionaler Art und Weise, sodass wir eine Hörst-Funktion haben, die auf Basis historischer Simulation erzeugt würde. Und dann schauen wir doch mal, was hier rauskommt. Das ist doch mal ein netter Arbeitsauftrag. Da können wir mal gerne gemeinsam auch in unserem Webinar darüber diskutieren. Für meinen Teil bin ich jetzt am Ende des Videos angelangt. Ich kann Ihnen nur empfehlen, hier ein bisschen daran rumzuspielen, sich da einzulesen und das Ganze auf sich wirken zu lassen. Und ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.